Sound Story, ein Projekt vom Treff.go in Böhnen, der LAG Kunst und Medien NRW und von Daniel Schinzig. Die folgende Geschichte haben Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren im Februar und März 2021 über WhatsApp entwickelt. 15. Februar 2021. Der Lockdown geht in die nächste Runde. Es ist einsam hier. Alle geilen Serien sind auf Netflix geschaut. Nochmal von vorn? Ach nö. Aber sich mit anderen treffen? Hm. Da vibrierte plötzlich das Smartphone. Kim schaute nach. WhatsApp-Nachricht einer unbekannten Nummer. Kommt zum Skatepark. Sofort. Grüße. M. Komisch, dachte Kim. Kein Plan, von wem diese Nachricht sein könnte. Mal schauen, was das soll. Also Schuhe an, Jacke an. Kim machte sich auf den Weg und war extremst überrascht, was am Skatepark abging. Denn sie sah keine Menschenseele. Der komplette Skatepark war leergefegt. Kein Skateboard und Skater rollten über die Rampen und es sah verdammt ausgestorben aus. Fast wie in so einem alten Western, wo dann so ein kleiner Busch über die Leinwand rollt und sagen soll, dass alles tot ist. Wow, das ist strange, dachte sich Kim. Klar, es war Shutdown und so viele Leute sind gerade nicht unterwegs, aber so gar keiner hier auf dem Skatepark? Das war schon echt merkwürdig. Und außerdem, da war doch diese WhatsApp-Nachricht von dieser unbekannten Nummer. Sie sollte doch hier sein. Da hätte man doch zumindest vermuten können, dass irgendjemand hier ist, der dann auch auf Kim wartet. Echt merkwürdig. Plötzlich erschrak sich Kim. Sie drehte sich um. Denn wie aus dem Nichts ertönte plötzlich ein ganz merkwürdiges Geräusch. Ein seltsames Geräusch. Was sie dennoch kannte. Aber was im nächsten Moment geschah, damit hätte sie niemals gerechnet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf. Oh, unzählige kleine... Ja, was waren das jetzt überhaupt? So richtig erkennen konnte Kim das nicht. Weg sind sie. Was auch immer das war. Seltsam. Oh Gott, was ist denn jetzt? Es braute sich auf einmal eine komische, grün-blau-lilane Wolke am Himmel zusammen. Aber es sollte nicht lange nur bei einer Wolke bleiben. Kurz darauf fing es an zu regnen. In genau denselben Farben. Nicht normalerweise durchsichtig blau. Sondern schimmernd grün. Blau. Dunkelblau. Nicht das gewohnte Blau. Kim versuchte verzweifelt, sich irgendwo unterzustellen. Versuchte, den Kragen ihrer Jacke hochzukrempeln. So hoch es nun mal ging. Aber so wirklich schützend vor dem Regen konnte sie das auch nicht. Autsch! Kim stellte fest, dass der Regen ein wenig brennt, wenn er auf die Haut trifft. Man! Nach langem Hin- und Herüberlegen entschied sich Kim, einfach über den Zaun zu klettern, der in der Nähe war. Und so schnell es ging, zum überdachten Eingang der Grundschule zu rennen. Aber auch dort konnte sie, oder man sollte wohl eher sagen, durfte sie nicht lange verweilen, weil der Hausmeister noch ein Wörtchen mit ihr zu reden hatte. Verdammt! Den Hausmeister hatte Kim total vergessen. Einen anderen Ort aufzusuchen, kam gar nicht in Frage. Also kam Kim auf die Idee, sich zu verstecken. Sie suchte hastig. In ihrer Flucht übersah sie einige Verstecke. Sie hat dennoch eins gefunden. Ob der Hausmeister sie gesehen hätte? Sie hatte sich in einer engen Nische bei den Müllcontainern versteckt und hatte dort die Hoffnung, nicht von dem Hausmeister entdeckt zu werden. Und geschützt vor dem Regen war sie auch. Ey! Isabel! Ich hab dich gesehen! Auf jeden Fall! Ich komm dich jetzt suchen! Kim erstarrte vor Angst. Jetzt ist es vorbei. Sie hatte jedoch Glück, denn der Hausmeister schien nichts von dem eigenartigen Regen zu wissen. Und als das Wasser seine Haut berührte, schrie er laut auf. Autsch! Was ist denn das für ein Regen hier? Das ist ja ganz komisch. Der Hausmeister verschwand wieder rein ins Gebäude. Kim hatte echt großes Glück und atmete auf. Trotzdem fragte sie sich, wie es zu den ganzen Eigenheiten kam. Und sie fragte sich auch, was es mit dieser ominösen Nachricht auf sich hatte. Warum sollte sie herkommen? Das machte in ihren Augen alles gar keinen Sinn. Da ging Kim Richtung Zone. Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Hey! Hey! Hey du! Hey! Hey! Komm mal her! Kim erschrak sich. Sie hätte nicht damit gerechnet, dass sie hier jemand anspricht. Vor allen Dingen, weil sie ja selber niemanden kannte. Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du denkst. Ja, warum spricht dich denn hier so einer an, der hier einfach so rumnummert und so. Na ja. Ich weiß von deiner Nachricht. Ne? Ja, du weißt ja schon hier diese WhatsApp-Nachricht. Ja. Ja. Weiß ich von. Und, und. Und ich weiß auch, was mit diesem Regen hier gerade auf sich hatte. Ist ja aufgefallen, dieser Regen, ne? Dieser, dieser. Dieser Regen. Dieser. Dieser bunte. Und. Und. Und nasse. Und. Und schmerzhafte. Na ja. Willst du mehr wissen? Bum, bum. Bum, bum. Kim spürt ihren Puls. Sie versucht, keine Geräusche von sich zu geben. Und dann. Bum. Hinter Kim platzte ein Luftballon. Sie sprang in die Luft. In ihrem Kopf spielten die Gedanken verrückt. Sie überschlugen sich. Warum weiß er, was es mit dem Regen auf sich hatte? Ich hab doch keine Ahnung. Warum war da plötzlich ein Luftballon? Soll ich mit ihm reden? Ich will antworten. Aber was, wenn er nicht nett ist? Nein. Ich bin mutig. Ich bin eine starke Frau. Also fragte Kim zaghaft, was ist denn hier nur los? Jedoch, als sie das nächste Mal in ihre Augen aufschlug, war dieser komische Typ auf einmal verschwunden. Kim sah sich um, dachte, er wäre vielleicht noch in der Nähe. Aber es ist wie, als hätte es sie nie gegeben. Sie ging weiter Richtung Warnhof an den Geschäften vorbei. Und ja, so wirklich erkennen, tat sie niemanden in dem kleinen Dorf. Obwohl hier fast jeder jeden kannte. Doch dann hörte sie das altbekannte Geräusch. Vorsicht an Gleis 2. Ein Zug fährt durch. Hunderte Menschen standen um Kim herum. Wie aus dem Nichts waren sie da. Alle schauten sie an. Und alle sprachen sie diesen einen Satz immer wieder im Chor. Vorsicht an Gleis 2. Ein Zug fährt durch. 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 Kim wurde das langsam alles zu unheimlich. Und sie sah ja noch nicht mal einen Zug, der an Gleis 2 laut den ganzen Menschen, die auf einmal um sie herum standen, durchfahren sollte. Doch dann, in der Ferne, ganz weit hinten, erblickte sie etwas, aber sie war sich nicht sicher, ob sie sich versehen hatte oder nicht. Ha 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 ha! Ahoi, ahoi, ahoi! Was war das denn jetzt? Warum fuhr ein Schiff auf Gleisen und brauchen Schiffe nicht normalerweise Wasser umzusegeln? Irgendwas läuft jedoch gewaltig schief, dachte sich Kim. Das gleiche dachte sich auch Jackson, der genau auf der anderen Seite der Schranken stand und nicht wirklich wusste, was hier vor sich ging. Denn genau wie Kim bekam er auch so eine ominöse Nachricht, komm zum Skatepark und dann darunter den Buchstaben K. Aber er hatte keine Ahnung, wer dieses K sein sollte und was er überhaupt da sollte, weil der Skatepark war in den letzten Tagen sowieso leergefegt. Das Schiff auf den Schienen kam immer näher. Alle Leute an dem Bahngleis sagten auf einmal im Takt, der Regenmacher kommt. Der Regenmacher kommt, der Regenmacher kommt. Was geht hier jetzt ab? Also, hä? Der Zug kam näher und Jackson wich langsam zurück. Aber auf einmal... War eine Sirene zu hören. Das ist die Polizei, oder? Tatü-ta-ta, tatü-ta-ta. Aber warte mal, ist das die Polizei? So ein weißer Wagen? Steht da nicht Seuchenschutz drauf? Ich verstehe immer weniger. Mit einem Rattern hielt der Zug am Bahngleis an. Und die Leute, die sagten immer noch alle das Gleiche. Immer und immer und immer wieder. Hört zu, ihr Leute aus Bönen! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Antworten geben sich Kim und war wirklich gewillt dorthin zu gehen und auf das Schiff zu steigen. Aber was macht, was macht der, was macht der andere da? Was, was soll das? He he, schaut zu mir, he he, schaut her, schaut her, guck mal, was ich mache. Was macht er denn da, fragte sich Kim, da balanciert irgendein Junge auf, auf den Schranken? Was, warum, hä? Auch Jackson traute seinen Augen kaum. Ich glaube, ich gehe mal aufs Schiff. Da wird es doch hoffentlich endlich Antworten geben, was das hier mit dem Regen soll und Wer hat das eigentlich, wer hat mir diese WhatsApp eigentlich geschrieben, wenn dann doch keiner da ist? Kim war sich unsicher, aber die Neue siegte und sie wollte jetzt endlich Antworten haben, wie es zu all dem hier kam. Und genau das war auch der Grund, warum sie auch Richtung Schiff ging. Also drängte sich Kim in die Menschenmassen, die auf dem Weg zum Schiff waren und kletterte an der Leiter nach oben. Dort begrüßte sie eine riesengroße Person mit kunterbunten Haaren. Ein Gewand, was aus Böen nicht bekannt war. Woher kommen die? Hinter dem großen Mann in dem merkwürdigen Gewand standen vier Musiker mit, ja, sowas ähnliches wie Trompeten, aber irgendwie, irgendwie auch doch was anderes. Solche Instrumente hatte Kim nie gesehen. Und doch, die Melodie und die Geräusche, die sie machten, das kam mir irgendwie auch vertraut vor. Atemlos durch die Nacht war es zum Glück nicht. Tonight we are young Das war's, das war das Lied. Schon seit Tagen hatte sie von diesem Lied ein Ohrwurm gehabt, obwohl sie es seit Jahren nicht mehr gehört hat. Wie kann das sein und was für ein Zufall, dass auf einmal dieses Lied hier gespielt wird. Auf einmal machte das ganze Schiff einen Ruck nach vorne und es begann wieder zu fahren. Den, den da vorne, den, den habe ich doch gerade an den Schranken gesehen. Der gehe ich jetzt mal hin, dachte sich Kim. Und das machte Kim dann auch, was der da vorne direkt bemerkte und einen panischen Gesichtsausdruck bekam. Und zack, weg war er. Komisch, dachte Kim. Jackson fand sich auf einmal in einem Raum wieder, aber so wirklich diesen Raum identifizieren konnte er nicht, weil nirgendwo Licht brannte. Überraschung! Vor Schreck kippte Jackson mit dem Stuhl nach hinten um. Da waren ja alle seine Freunde, seine ganze Familie. Was machen die denn hier und wie sind die auf dieses Schiff bekommen? Die waren doch gar nicht am Bahnhof gerade. Was machen die denn überhaupt draußen? Haben die etwa auch so eine komische WhatsApp-Nachricht gekriegt? Vor allem überraschte Jackson, dass auch Onkel Oskar da war. Der wird doch immer so schnell seekrank, wenn er auf einem Schiff ist. Wie jetzt? Der hat am selben Tag Geburtstag wie ich? Das ist ja irre, dachte Kim. Kim schaute sich um und erkannte sogar ihren guten Freund Bob wieder und rannte zu ihm und umarmte ihn, weil ihre Familie war irgendwie nicht auffindbar. Wer ist denn dieses komische Mädchen, dachte sich Jackson. Die habe ich ja noch nie gesehen und die rennte jetzt so euphorisch her und umarmt alle. Okay, Butter bei der Fische. Was ist hier los? Jackson rief, was ist hier los? Aber die Musik war so laut, dass keiner ihn hörte. Okay, ich gehe jetzt zu den Mädchen, das alle umarmt. Mal schauen. Wenn ich sie umarme, vielleicht kriege ich ja mal einen Durchblick über das, was hier passiert. Vielleicht ist das ja der Grund, warum sie alle umarmt, damit jeder verstehen kann, was hier läuft. Und so umarmten sich Kim und Jackson und dann geschah etwas. Es gab auf einmal einen großen Lichtschein und einen gewaltigen Knall.